Es ist das weiße Gold, das wir suchen, fördern und verarbeiten. Wir sind zwar keine Schatzsucher, aber dafür echte Kumpels. Ob unter Tage oder über, wir passen aufeinander auf. Denn oft geht es mit schwerem Gerät auf Arbeit. Ob als Bergbautechnologe, Aufbereitungsmechaniker oder Elektroniker für Betriebstechnik. Jeder unserer Jobs bietet einen ganz besonderen Arbeitsplatz mit jeder Menge Tradition und Teamgeist. Denn wer kann schon sagen, er arbeitet in einem Unternehmen, welches an der ältesten Betriebsstätte auf über 500 Jahre traditionsreiche Firmenhistorie zurückblicken kann. Beginnend mit der Salzgewinnung 1193 in Berchtesgaden, über die Errichtung der Saline in Bad Reichenhall und später in Bad Friedrichshall und Heilbronn. Traditionen werden bei uns immer noch gelebt. Zum Beispiel mit der 1885 gegründeten Bergmannskapelle. Aber fragen wir doch mal unsere Azubis, warum sie gerne bei uns arbeiten. Ich habe mich für diesen Ausbildungsberuf entschieden, weil der Arbeitsort sehr außergewöhnlich ist, denn dieser befindet sich in 200 Meter Tiefe unter der Erde. Man hat Spaß und Abwechslung bei der Arbeit, spannende Tätigkeiten, einen starken Zusammenhalt zwischen Azubis und Kollegen. Ich habe mich für eine Ausbildung hier entschieden, da es mir eine sehr abwechslungsreiche Ausbildung liefern kann und da der Beruf nicht von jedem ausgeübt wird. Ich mache die Ausbildung bei den südwestdeutschen Salzwerken, da sie der einzige Arbeitgeber in der Umgebung mit einem so spannenden und einzigartigen Arbeitsplatz sind. Ein positiver Punkt der Ausbildung ist der super Zusammenhalt unter den Auszubildenden und auch das gute Verhältnis zu den Ausbildern. Wir sind stolz auf unser Team und bieten jedem Auszubildenden einen zukunftsorientierten und sicheren Ausbildungsplatz mit hohen Übernahmeschancen und einer eindrucksvollen Arbeitsumgebung. Sicherheit ist bei uns großgeschrieben, daher werden viele Tätigkeiten in unseren Azubi-Werkstätten trainiert, um euch optimal auf den Berufsalltag vorzubereiten. Trotz unserer Größe mit rund 1000 Mitarbeitern an vier Standorten zählt bei uns jeder Einzelne. Denn wir sind eine große Salzfamilie. Willst du auch dazugehören? Dann bewirb dich jetzt bei der Südwestdeutschen Salzwerke AG.